Moin, du bist ein Profi mit Querkamera, Querkamera, entschuldige, mein Vlog, FLOG, sag mal was cooles in die Kamera, neuer Dehner geworden, abonniert alle Tobi auf Instagram. sag's nochmal für die Kamera dran, Tobi dreht heute eine FLOG, nein, nein, bei Mimax, achso, ja, ich hab ein Vorderungsgespräch bei Mimax, aber im Lager, nicht bei ihm, ah, das ist übrigens Martin, hier ein Hochformat, hey, was ist Marni, willst du noch, wer steht da, hoppa, hey, FSK 100, ja, new day, new day, new day in the car, new day, new aero, schauen wir, was draußen geht, Leute, da ist grün, das ist Martin, Martin hat sein Bart immer noch nicht geschnitten, nein, wir haben jetzt IDG abgeholt, das ist Martin, der ist immer noch nicht rasiert, Jo, wir sind jetzt hier essen, also wir gehen jetzt essen, an der Stadtbibliothek gehen wir jetzt zum Stadtgarten, ja, danke, Alter, lass mich doch reden, da kommt der Lasse, da kommt der Lasse, das ist Erik, das ist Jana, das ist Leon, ich bleib ich, da kommt der Letzte, jetzt wird ge-eatet, wir sind jetzt beim Essen, also wir sind jetzt angekommen, wir sind jetzt angekommen, ich würde euch die Speisekarte zeigen, aber sieht nichts, okay, aber jetzt, ähm, ich finde dieses Ambient egal, Essen ist da, Alle glücklich, Martin ist schon wieder fast fertig, also wie ihr seht, wir sind fertig, da war noch fleißig, So, wir zahlen jetzt wieder, hat es euch geschmeckt? Das ist unangenehm, hat es dir geschmeckt? Erich, hat es dir geschmeckt? Lea, hat es dir geschmeckt? Das ist 2016, unangenehm, Jan, hat es dir geschmeckt? Es ist immer noch unangenehm, also deren Alk wurde geklaut, wir haben ihn nämlich vor dem Restaurant versteckt, ich bin noch glücklich aufgestellt, da kommt ein Auto, Egal, Junge, Du hast noch eine Anzeige bei der Polizei, Fußgänger, Mein Bier wurde geklaut, Seins nicht, weil er keins hatte, aber er ist auch dabei, Zeig mal deine Geheimratsecken, meine Geheimratsecken, Wie alt bist du, 57 oder 58? Erichs Kopf ist Airplane Mode, Oh, da sieht man mich fast, Hoppa, Kämpfer, Müde, müder Bär, Warte kurz, wie viel zahlst du für deinen Friseur? Guck, ich bin Asi, so habe ich das gemacht, Alright, 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 Was? Genauso wie bei Martin habe ich das mit dem Pop wiederholen. Chillig, Yo, wir sind jetzt hier am Pop, ich weiß nicht, ob er mich hört, aber ich trink den Despo, Von mir ist gefeuert worden. Knoppe, Knoppe, Boah. Yes! Ähm, Hartzett? Boah, dann wirst du nicht auf Psyche mit der Maske, dann irgendwie so machen. Echt? Was war? Kassenwagen vorbeigefahren. Kassenwagen? Ja, Kassen. Untertitelung. BR 2018